Heute ist wirklich bildschönes Wetter und der kleine König... Ich freu mich ja so! Tante Röschen hat mir ein Paket geschickt mit einem Fotoapparat. Ja, ich probier ihn gleich mal aus, mein Fotoapparat. Ich knipp's noch hier und da und ich weiß schon. Geräte! Achtung! Bitte lächeln! Hauptsache lustig! Was gibt's denn noch? Hey Piepsi! Aufgepasst! Jetzt bitte lächeln Pieps! Lach mal! Prima Aufnahme! Wo ist mein nächstes Motiv? Wuffilein! Wuffilein! Ich hab dich beim Pinkeln geknipst! Schon wieder ein lustiges Foto! Und jetzt Buschel! Buschelchen! Komm doch mal! Ich hab was Feindes für dich! Das war scherzlos! Willst du nicht mal Pause machen, kleiner König? Wieso? Macht doch Spaß! Und außerdem brauche ich noch ein Bild von Tiger! Wie viele Bilder hat dein Film denn noch? Film? Wie Film? Na, der Film, den du eingelegt hast! Von dem man die Fotoabzüge macht! Ich hab nichts eingelegt! Da ist nix drin! Leer! Und jetzt? Ohne Film, keine Bilder! So eine Gemeinheit! Das mit dem Film! Hätte mir ja vorher mal einer! Rete Wuff! Kommt doch alle mal her! So, bitte stillhalten! Und lächeln! Ja, so ist es gut! Ist schön! Und nicht bewegen! Und so! Und dann malen wir mal hier! So! Halt! Das muss grau werden! Schön! Schönes Grau! Und ich kriege doch ein Bild! Auch ohne Fotoapparat! Ja! Ja! Doch! Mein Bild sieht jetzt eigentlich fast schon irgendwo wirklich richtig aus! Ja! Ja, ja! Hast du recht, kleiner König! Dein Bild sieht jetzt eigentlich irgendwo sehr echt aus! Ja! 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 Tja! Untertitelung des ZDF, 2020